Rund 170 Jäger und Freunde der Jägerschaft feierten auf Einladung des Hegerings Wangerland im Hotel Dorf Wangerland in Hohenkirchen ihren traditionellen Jägerball. Hegering-Leiter Karl-Heinrich Müller betonte in seiner Begrüßung, dass die Hegeringe angesichts der Novellierung des Landesjagdgesetzes alles tun werden, dass die Niederwildjagd erhalten bleibt. Im neuen Jagdgesetz, das 2015 erwartet wird, geht es unter anderem um Einschränkungen für die Jagd auf Gänse und Enten in Schutzgebieten und die Verkürzung der Jagdzeiten. Bevor die Tanzkapelle Roundabout aus Oldenburg auf die Tanzfläche lud, sorgte das Jahrkorn-Blaskor Wangerland unter Leitung von Gerold Lauts für jagdliche Klänge.